Her und Willkommen zu einer neuen Folge The Forest Seit lang mal wieder eine neue Folge Ja, es hat sich viel über mir getan, umzugsmäßig und so Also, sonst würde ich sagen, reden wir nicht wieder rum, starten wir gleich in die Folge und rein da, tschau 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 Her und Willkommen auf meinem Kanal Marcel Darf Erstmal heute zu einer neuen Folge The Forest Erstmal wieder So, eigentlich ist das ein bisschen länger nachher, weil wir ja manchmal in der Zeit umgezogen sind so fies, so funny Deswegen haben wir einfach mal ein bisschen andere Sachen erledigen müssen Oder? Und damit weißt, wie immer die Flamme Ja Genau Ich freue mich auch sehr Sorry Ich freue mich auch sehr, dass ihr hergezogen ist Und Leute Euch werden noch sehr viele Dinge erwarten Flamme und Schreibverbot Das ist wichtig Was? Ja, du wuchst im Nebenzimmer so was Schreibverbot und fertig Schreibverbot Denkst du dir ernsthaft, dass ich das einhalten werde? Ich ohne Schreien Werden? Nein! Ob ich dann umsetze, ist die andere Frage Komm jetzt! Komm hier! Hier Wir müssen weiterziehen Das sind tausend Monster Ich bin jetzt schon vom Berg gesprungen Ich komme da jetzt nicht mehr hoch Ich komme ja schon Dann wohin willst du überhaupt gehen? Nächste Frage Einfach geradeaus So Hallo Ich möchte zu diesem blinkenden leuchtenden Teil dahinten Oh, komm, okay Ja Weißt was? Jetzt fülle ich mal hier die Gruppe Jetzt fülle ich uns mal Ja, ja Nicht der ja Bist du noch hinter mir? Hm, ich komm nachwarte Okay WHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Buiiii Warte doch erstmal es ist nur mein st 13 die unglückszahl ich mache ein tanz ein regentanz machen regentanz hat funktioniert ist ich habe noch nicht mehr hinbekommen beantwortet das deine frage kann es sein dass man die dort holen muss was die wo man gucken kann ja wo waren die zum schütteln die andere frage oder wie ist er noch da ich lauf gerade weiter und oft überhaupt nächste frage da ist ein höhlen symbol und da will ich ihn war doch das ist die hülle willst du überhaupt drück auf m und schau auf die nächste hüte die hier in der umgebung ist man sich doch geht ja alles vor rechts laufen zu dem australischen da geht sehr tief runter einfach rein dort einfach reiden oder wie hallo siehst du mich der zieht nicht automatisch steht in den tank an der video foto um weil das hat mich echt genervt im ersten teil dass er das immer automatisch angezogen hat ich verstehe die ausrufezeichen nicht zu 90 prozent ist da eh nix doch ich sehe keine leute also sind die gps dinger die bei uns auch gelandet sind die die mit uns gelandet sind die hellen kommt man halt nicht zu dich hieß du ihn hängt oben aber der wird es wahrscheinlich sein ja muss man auch schon mal der vorne scale gestorben ja hier war mir schon mal das ist ja kommst du ich habe mich so gerade orientiert ich hab das gefühl über der hülle war mir das gefühl vielleicht elwin hat noch nicht mal zwei wochen mit uns überlebt ja dann überall schnee es wird jetzt kein unterschied machen ob wir das schneegebiet gehen ich glaube schon weil ich glaube der war ich bin aber nicht hundertprozentig sicher ja bei dem schneegebiet nicht da waren wir definitiv schon ich glaube wir haben es schon gemeint hat ist einfach zu laut ich bin nicht laut es hat mir alle du bist nicht laut der störsten oder wie ich bin nicht laut doch Nein. Doch. Nein. Doch auch. Nein. Doch und auch aus. Gib dir gleich auf. Wir sind auch mühschen, gell? Dann fliegt nur nebendran einfach Alkohol. Das Leben hätt ich auch gern. Wir sind Hände und Füße gekochen. Einbrechen eigentlich. Hände ich bei Speichern hier vielleicht mal. Man kann einbrechen, oder? Ja, habe ich schon sehr oft geschafft. Jetzt wird es sich sichtbar, oder wie? Hast du gespeichert? Noch nicht. Warte, ich speichern mal, wenn du möchtest. Ich glaube, die Höhlen sehen anders aus. Okay, dann würde ich sagen, auf geht's. Das ist die Höhle. Warte mal gleich. Hallo, hallo, Manfred. Hallo. Hallo. Nuor. Das ist nicht die Höhle. Oder? Oh. was gab es besonderes irgendwas muss doch hier besonders das ist nicht die höhle aber teddy bär jetzt mal eigentlich ist wer es hier ein eigentlich hier ein richtig gutes ding für die base es ist halt die ganze kalt hier ist ein kleiner platz ist es immer noch ist es noch im schnee gebiet ja ja wenn aber wieder sommer ist sind wir dennoch die ganze zeit im schnee also schau dir das einfach mal an die aussicht ist geil wir können ja hier in der nähe ein ding zu den gibt dann gebe ich so selber muss hochfahren kannst im ersten so so weit theoretisch gehört hat sich die ganze zu zeigen wo willst du auch hin er sonst lassen zeigte ich komme hinterher ich weiß gar nicht super, jetzt habe ich Schaden bekommen aber hier ist es auch nicht schlecht hier können die Monsters auch nicht hoch wegen dem Wasser hier wäre es eigentlich saugeil oder was sagst du willst du zu reingehen ich bin bei 18 Minuten nein dann machen wir das zunächst ok das hat sich gerade angezündet der ist ein Elch nein der ist ein Elch auf dem Wasser ein 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 schwebender Elf ein Elf? ja schau mal aufs Wasser ein geiler Titel ein fliegender Elch Elch ganz ehrlich ganz ehrlich ich wäre dafür dass wir hier in der Nähe unserer Lage aufmachen ein bleib stehen bleib stehen ich glaube dann bin ich stehen bleiben es ist ja und ich zurück und ich ich brauche erst zählt auf und speichern Ähm... Ja... Irgendwie war die Animation grad ziemlich komisch, weil... ...der Bauch ist immer noch offen. Oja... Was heißt ein Mord? Ich habe gerade ein Eich zerlegt. Das Monster des Waldes. Das war's doch von meiner Folge, die nächste gibt's bei Flammy da drüben. Sagen... Tschau Leute, tschüss! Aht...